Großes Abenteuer, faszinierende Stille, spannender Wettkampf, Naturerlebnis, Körperbeherrschung, geselliges Zusammensein. All das kannst du bei den Kanoten der SV 1845 finden. Ob auf dem Neckar oder einem Wildwasserbach, ob auf dem Bodensee oder in den Alpen. Überall lassen sich beeindruckende Ziele finden, um unseren Sport zu genießen. Und unser Bootshaus ist Startpunkt und Zentrum von allem. Hier treffen wir uns, hier sind unsere Boote gelagert, hier machen wir unser Konditions- und Trockentraining. Hier organisieren wir unsere große Regatta und feiern unsere Feste. Hier beginnen wir auch mit unseren Anfängerkursen und hier freuen wir uns über deinen Besuch. Wir sind dein Kanu-Verein in Esslingen am Neckar. Wir sind dein Kanu-Verein in Esslingen am Neckar.